Steinbock und Fische Steinbock und Fische sind benachbarte Tierkreiszeichen im Astrologischen Rat, und sie besitzen unterschiedliche Eigenschaften, die sowohl Harmonie als auch Herausforderungen in ihrer Beziehung schaffen können. Steinbock ist ein Erdzeichen, das als praktisch, diszipliniert und zielorientiert bekannt ist, während Fische ein Wasserzeichen ist, das als emotional, intuitiv und verträumt gilt. Hier ist ein genauerer Blick darauf, wie Steinbock und Fische in einer Beziehung interagieren können. Stärken der Steinbock-und-Fische-Beziehung Komplementäre Energien, die jädernd und praktische Natur des Steinbocks kann die verträumten und emotionalen Tendenzen der Fische ausgleichen. Der Steinbock kann den Fischen Stabilität und Struktur bieten, während die Fische die praktische Herangehensweise des Steinbocks mit Fantasie und Kreativität ergänzen können. Gemeinsame Werte, sowohl Steinbock als auch Fische schätzen Loyalität, Engagement und Integrität in Beziehungen. Sie können sich über ihr gemeinsames Verantwortungsgefühl und ihre Hingabe an ihre Partnerschaft verbinden. Emotionale Tiefe Die emotionale Tiefe der Fische kann dem Steinbock helfen, sich mit seinen eigenen Gefühlen zu verbinden und mehr Sensibilität und Mitgefühl in die Beziehung zu bringen. Fische können auch von der Stabilität und Erdung des Steinbocks bei emotionalen Schwankungen profitieren. Unterstützende Dynamik, der Ehrgeiz und die Entschlossenheit des Steinbocks können die unterstützende und pflegende Natur des Fisches ergänzen. Der Steinbock kann den Fischen helfen, praktische Ziele zu setzen und zu erreichen, während die Fische dem Steinbock emotionale Unterstützung und Verständnis bieten können. Herausforderungen in der Beziehung zwischen Steinbock und Fische Kommunikationsstile Der Steinbock neigt zu einer eher praktischen und direkten Kommunikation, während die Fische sich eher durch Gefühle und Intuition ausdrücken. Sachlichkeit versus Idealismus Der Steinbock ist praktisch und realistisch, während die Fische eher idealistisch und fantasievoll sind. Dies kann zu Konflikten bei der Entscheidungsfindung und Planung führen, da der Steinbock eher praktisch veranlagt ist und die Fische sich mehr auf Ideale und Träume konzentrieren. Unterschiedliche Herangehensweisen an das Leben Der Steinbock ist für seinen Ehrgeiz und seine Arbeitsmoral bekannt, während die Fische eher entspannt sind und zu Fluchtgedanken neigen. Dies kann zu Unterschieden im Lebensstil und in den Prioritäten führen, die von beiden Partnern Kompromisse und Verständnis erfordern. Emotionale Grenzen Steinböcke können Schwierigkeiten damit haben, ihre Gefühle offen auszudrücken, während Fische manchmal übermäßig emotional oder sensibel sind. Dies kann dazu führen, dass der Steinbock sich emotional distanziert und der Fisch sich überfordert fühlt, was zu potenziellen emotionalen Herausforderungen in der Beziehung führt. Wie in jeder Beziehung hängt die Kompatibilität zwischen Steinbock und Fische von den beteiligten Personen und ihrer Bereitschaft ab, einander zu verstehen, zu kommunizieren und Kompromisse einzugehen. Wichtig sind eine offene und ehrliche Kommunikation, gegenseitiger Respekt und die Bereitschaft, Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Wenn man die Stärken und Unterschiede des anderen anerkennt, kann dies zu einer harmonischen und erfüllenden Beziehung zwischen Steinbock und Fischer führen. Wichtig sind eine offene und die Beziehung zwischen Steinbock und Fischer führen. Wichtig sind eine offene und die Beziehung zwischen Steinbock und Fischer führen.